Hi, ich bin's, Gustav, BDF! Und heute hatte ich eigentlich geplant, mit der Schallgenäftenpistole zu spielen, aber ich hab ne Runde geschafft, in der ich einfach die Waffe nicht gefunden habe. Aber die wahrscheinlich stärkste Waffe im Spiel schon. Sagt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr mir zustimmt oder eine andere Idee habt. Das Infanteriengewehr ist für mich schlichtweg zumindest die Top 2, wenn man die Heavy Sniper beachtet. Das ist für mich die beste Waffe im Spiel. Und ihr werdet genau sehen, was ich meine. Sie gehen durch. Und die Leute können nichts machen. Geil. BAH! BAH! Okay. BAH! 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 Hä, was machst du da? IYAY! IYAY! Äh, okay. Oder halt gar nicht zugebaut. Und? Okay. Danke, Digga. Okay, nächster. Ah, diese Waffe ist halt absolut krank, ne? Okay. Das ist übrigens so arguably das beste Setup, was man gerade haben kann. Neben der Heavy Shotgun, neben der Heavy Sniper natürlich, äh, neben der Heavy Sniper natürlich. Also wenn du die Heavy Sniper haben kannst, kann ich auch sehr gut verstehen. Aber das Infanteriegewehr ist halt wohlmöglich die beste Waffe im Spiel. Das Ding ist halt absolut krank. Mittlerweile haben ganz so viele Leute ganz schön viel Aim, also wird man davon ganz schön viel gelasert teilweise. Beziehungsweise wenn der es selber irgendwie schafft, viel Aim zu haben, absolut krass. Vor allen Dingen, wenn du jemanden siehst, der dich noch nicht gesehen hat, kannst du halt einfach schon so viel Schaden machen, bevor er reagieren kann. Pfff. Also, einen Schuss garantiert. Und wenn du es richtig machst, auch gerne mal zwei Schüsse schon. Und die Waffe hat halt krankhaften Schaden, ne? Wir spielen das jetzt hier gut aus, ne? IYAY! Not bad eigentlich. Von ihm, not bad. Die Waffe halt, ne? Kein Plan, wo er mit der Minigun hingeschossen hat. Wahrscheinlich gegen einen Baum oder so aus Versehen, oder? Ich höre die ganze Zeit die Minigun und der hat halt gar nicht mehr meine Wände angegriffen. Oh, Heavy Snipe jetzt liegen, lass das hart, ne? Aber wir machen das mal. Ich spiele einfach mit der Waffe zu Ende, weil die halt einfach absolut krank ist. Das ist, also ja, mit der Heavy für mich die beste Waffe im Spiel. Ich meine, ich kann verstehen, wenn er sagt, die blaue Shotgun. Ehrlich, kann ich verstehen? Aber ja, ich glaube, ihr könnt mich auch verstehen, oder? Oh, jeder Schuss trifft. Äh, Julein, ups. Nein, jeder Schuss zählt, sage ich damit. Äh, will ich damit sagen. Okay. Der kann bauen. Damit ist er wohl weg für mich. Der ist nämlich ins Feld rein. Ist der das? Ja. E macht Schaden, Jungs. Okay. Verbraucht er Material erst mal. Finde ich okay. Let's go. Tega. Das ist ja wohl abnormal, wie man alles treffen kann, ne? Du siehst es, du kannst es treffen. Absolut krass. Kommt mir jedenfalls zuvor. Das war nicht gut gezielt. Was war denn da los gerade bei mir? War frech von mir. I know, I know. Aber Risiko in Kauf genommen. Ich meine, am Ende des Tages hätte ich ja sterben können. Durch eine Falle. Aber ich dachte einfach nur, die Waffe ist halt krass. Taktische SMG, die ist echt krass, muss man auch sagen. Gegen solche Situationen, ne? Okay, zwei Kills sind auch offen. Wir haben das Treffen, weißt du, wir haben nur 37 Schaden und so weiter. Aber gleichzeitig haben wir dem, weißt du, machen wir immer und immer wieder Schaden. Das heißt, wenn die dich heilen können, irgendwann können sie es nicht mehr. Ich will halt gerade nicht auf den einen mich konzentrieren, wenn ich nicht weiß, wo der andere noch ist. So ein Third Party will ich gerade nicht werden. Ich lasse mich jetzt nicht von dem snipen, okay? Meine Waffe ist praktisch, aber gegen den Sniper kassiere ich halt einfach eine Headshot-Method. Wo ist der letzte? Bei mir fliegt gerade ein Umschrauber. Wow. What the? Okay. Das war schlecht. What? Geht doch hoch. Oh, not bad eigentlich. Das war ein starkes Ende, Alter. Und schon wieder, selbst am Ende. Selbst am Ende haben wir die Waffe genutzt. Die Folge war anders geplant. Aber ganz ehrlich, dieses Infoterie-Gewehr macht mich fertig. Es ist... Ey, was ist das für eine Waffe, Junge? Wenn du jemanden siehst, kannst du ihn treffen. 13 Kills. Ich bin zufrieden. Dankeschön, dass du dir bei wart. Und vergesst nicht, jeden Tag Pause am Montag und Freutag stream ich von 14 bis 17 auf Twitch. Link in der Beschreibung. Ein etwas komisches Ende. Aus gegebenem Anlass, vielleicht habt ihr das gehört, in meiner Stadt, also in Halle, gab's mehrere Schießereien und Leute wurden getötet. Und ich hab jetzt ewig überlegt, ob ich dazu überhaupt noch etwas sagen soll. Und ich hab auch ewig überlegt, ob ich diese Folge rausbringen soll. Ich hab die jetzt quasi währenddessen geschnitten und der Hubschraube, den ihr hört, beziehungsweise über den ich mich äußere, das ist alles deswegen gewesen. Bei mir ist das mega unangenehm. Ich bin ein sehr empathischer Mensch und sowas geht halt nicht an mir vorbei, weil das halt Leute sind, die ich vielleicht sogar kannte. Vor allem der Dönerladenbesitzer, zu dem ich tatsächlich immer gerne gegangen bin, weil's um die Ecke ist. Ich glaube, jeder von uns hat ja irgendwie die Wahl, was für Motive man verfolgt in seinem Leben und wie man seine Werte orientiert. Und ich würde gerne für mich immer sagen, dass ich nicht sage, wie du mir, so ich dir, sondern eher, ich möchte andere so behandeln, wie ich selber behandelt werden will. Und das bedeutet natürlich, dass Rassismus und Sexismus und Diskriminierung schlichtweg einfach keinen Sinn ergibt, weil ich möchte nicht diskriminiert werden, oder? Also werde ich im Leben nicht auf andere so reagieren, andere so behandeln. Und ich hoffe, dass ich damit nicht nur nicht alleine dastehe, sondern dass das auch weiter verbreitet werden kann. Weil ich glaube schon, dass das die bessere Art ist, miteinander zu leben und die Art ist, wie man selber auch glücklicher wird. Wenn man halt nicht Ellbogen ausfährt, wenn man nicht mit Fingern auf andere Leute zeigt, sondern wenn man versucht, andere Leute so gut zu behandeln, wie man selber behandelt werden will von denen. Mit Beispiel vorausgehen. Und ich meine halt nicht natürlich, dass man nachvollziehen kann, wie jemand jemand anderen tötet. Sondern eher, dass man nachvollziehen kann, warum jemand religiös ist, auch wenn du es nicht bist. Zum Beispiel. Dass es Leuten Halt gibt zum Beispiel und dass man dann vielleicht andere Sachen glaubt als du, aber das macht den ja nicht weniger wert oder weniger menschlich oder so weiter. Ich will nicht unrealistisch sein für mich auch selber, in meinem Kopf. Ich möchte nicht sagen, dass alle Menschen Freunde sein können oder so ein Schwachsinn. Aber wenn man versucht, den Menschen, den anderen Menschen zu sehen und nachzuvollziehen, dann kann man, glaube ich, wesentlich besser miteinander leben. Sorry, dass das so endet, aber ich glaube, ich hätte das Video sonst gar nicht online gestellt. Macht's gut.